Herzlich Willkommen zurück. Für dieses Video solltest du bereits wissen, wie man mit Hilfe eines Rasters den Flächeninhalt einer beliebigen Figur abschätzen kann. Und das Ziel für dieses Video ist, dass wir uns gemeinsam an den Flächeninhalt eines Kreises herantasten. Wir wissen ja, unser Ziel ist, dass wir den Flächeninhalt von beliebigen kurvigen Figuren berechnen können. Und ein Kreis ist da einmal das Vertrauteste, was uns einfällt. Also wir beginnen mit etwas Vertrautem und nehmen jetzt ein Lineal zur Hand und schauen uns die Situation hier einmal genauer an. Also nehme ein Lineal zur Hand und bearbeite dann den Lückentext. Nimm dir dafür ein paar Minuten Zeit und dann sprechen wir darüber. Ich habe jetzt in der Zwischenzeit ebenfalls ein Lineal zur Hand genommen und abgemessen. Ich habe das Arbeitsblatt ausgedruckt auf einem A4 Papier und ich habe für die Seitenlänge A so eines einzelnen Quadrates 0,7 cm gemessen. Es kann natürlich sein, dass das bei dir ein bisschen abweicht und du kannst es natürlich auch einfach am Bildschirm abmessen. Es macht nichts, wenn das jetzt abweicht. Es geht einfach nur darum, dass wir hier jetzt einmal konkret mit Zahlen das Ganze ausprobieren wollen. Bei mir kommt dann eben für den Flächeninhalt Groß F so eines einzelnen Quadrates im Raster 0,49 cm² heraus. Also 0,7 mal 0,7. Na gut, und was machen wir jetzt mit unseren einzelnen Quadraten? Wir wollen möglichst strategisch vorgehen und vielleicht auch schon ein bisschen an die Zukunft denken und deshalb gleich ein paar Begriffe einführen, die wir ab jetzt dann immer wieder verwenden werden. Die Quadrate im Raster, die vollständig in der Kreisfläche enthalten sind, bilden eine Rechtecksfigur mit Flächeninhalt Groß U. Diese Rechtecksfigur sieht so aus und wie versprochen besteht sie genau aus den Quadraten, die vollständig in der Kreisfläche enthalten sind. Groß U steht übrigens für Untersumme. Warum Summe? Naja, der Flächeninhalt dieser Rechtecksfigur ist ja genau die Summe der Flächeninhalte all dieser kleinen Quadrate. Deshalb Summe und Untersumme, weil das dann unsere Abschätzung von unten ist. Also der Flächeninhalt des Kreises ist mindestens so groß wie U. Gut, die Quadrate im Raster, die mit der Kreisfläche zumindest teilweise überlappen, bilden eine Rechtecksfigur mit Flächeninhalt Groß O. Diese Rechtecksfigur sieht so aus und auch hier wie versprochen, besteht sie genau aus den Quadraten, die zumindest teilweise mit der Kreisfläche überlappen. Groß O steht für Obersumme, Summe wieder, weil sich der Flächeninhalt dieser Rechtecksfigur genau aus den Flächeninhalten dieser Quadrate zusammensetzt. Und Obersumme, weil das unsere Abschätzung von oben ist. Also der Flächeninhalt des Kreises ist höchstens so groß wie O. Beziehungsweise hier sehen wir eigentlich, er muss kleiner sein als O. Na gut, dann berechne Unter- und Obersumme. Nimm dir dafür ein paar Minuten Zeit. Pause, pausiere kurz das Video und dann vergleichen wir die Ergebnisse. Also gut, für Groß U muss man zunächst einmal zählen, wie viele solcher Quadrate in dieser roten Rechtecksfigur enthalten sind. Das sind 32, das bedeutet Groß U ist 32 mal Groß F. In meinem konkreten Fall bedeutet das, dass Groß U genau 15,68 Quadratzentimeter groß ist. Bei Groß O müssen wir jetzt zunächst eben die Quadrate zählen, die in dieser grünen Rechtecksfigur enthalten sind. Das sind 60 Stück. Das bedeutet Groß U ist 60 mal F. In meinem Fall heißt das, dass Groß U 29,4 Quadratzentimeter groß ist. Wir haben damit jetzt eine konkrete Abschätzung von unten und oben. Also wir wissen, dass der Flächeninhalt dieses blauen Kreises hier kleiner gleich ist als 29,4 Quadratzentimeter und größer gleich 15,68 Quadratzentimeter. Das Ganze können wir auch noch ein bisschen formaler hinschreiben. Wichtig ist, der Flächeninhalt Groß A des Kreises liegt sicher irgendwo zwischen der Untersumme und der Obersumme. Das soll allgemein gelten, also das kann man allgemein anschreiben. Vervollständige daher jetzt bitte noch diese Ungleichungskette und denke noch über diese Frage nach. Wie könntest du die Abschätzungen verbessern? Nimm dir dafür noch einmal eine Minute Zeit, pausiere kurz das Video und dann sprechen wir noch kurz darüber. Na gut, also wie muss diese Ungleichungskette hier aussehen? Wir wissen, dass Groß U kleiner gleich ist Groß A, weil eben Groß U ist ja unsere Untersumme und unsere Abschätzung von unten. Die ist sicher kleiner gleich dem tatsächlichen Flächeninhalt des Kreises und der tatsächliche Flächeninhalt des Kreises ist auch sicher kleiner gleich der Obersumme. Also Groß A ist kleiner gleich Groß O. Diese Ungleichungskette hier bildet eigentlich das Herzstück der Integration, weil Integration bedeutet beliebig genau von unten und oben abschätzen. Und hier haben wir jetzt eben eine Abschätzung von unten und eine Abschätzung von oben für das, was wir eigentlich ermitteln wollen. Jetzt bleibt nur noch die Frage, wie können wir jetzt diese Abschätzungen verbessern? Darüber werden wir in den nächsten Videos noch genauer sprechen. Ein kleiner Spoiler, die zentrale Idee ist, den Raster einfach immer feiner zu machen.